So Leute, herzlich willkommen zurück. Diesmal haben wir die Security bzw. Sicherheitsdinger da ausgeschaltet und wollen jetzt in den Turm. Was wir jetzt auch ganz gepflegt tun. Ah, ich sehe gerade, es ist wieder eine neue Security hier. Das reizt mich wieder, bedeutet die Folge. Wahrscheinlich kommen wir nicht mal in den Turm hier aus dem Weg. So, nächster, komm, 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 komm. Das rief doch noch eine Verstärkung, diesmal. So, das war das letzte Mal. Ah, da hinten rennt wieder einer rum. Jawoll. Was ist das sonst? Schlecht. Schlechter Witz. Alter, wie viel hat denn der Kugel hier? Das ist doch eine ganze Armee. Leute, Leute. Ah, bleib doch in Deckung, du Hund. Ihr habt alle versagt. Oh, das ist ein schlechter Scherz. Echt mal gucken, wie ich die Notrufe hier plocke, dass die nicht dauernd Hilfe rufen, dies soll. Was hat der mich gerade als Nutte bezeichnet? So, hoffentlich kann ich in so einen Sprengstoff hecken. So, Mann, ich werde immer gewalttätig hier. Ich muss aufhören, so ein Spiel zu spielen. Das nächste würde ich sagen, ist dann so ein gechilltes Spiel, oder was denkt ihr? So ein richtig entspanntes. So, Candy Crush Saga oder sowas. So. Audio-Lock. Okay. Das ist doch schon mal schön hier, oder? Das gefällt mir. Oh mein Gott, töten die alle. Wir rollen jetzt an. Missile Rise. Kommt heute mal vor, ne? Ausdruck von der Seite. We Initially, dieض er offen ist vielleicht nicht gleich. Noch nicht wenn ich mich морbsch anschauen. Nähr прям hin. Nur 돼. Auch nichtautre hind hindums. Oh, da ist der Perf. Doch, Alter, der Leyflis. Dann war auch ein Geburt. Nehmen wir darauf ein. Sagen wir Euch einen blanket, of emotions ist. Hau, have you ready to listen to me. Hau people nach. Just standen D уровür. Jetzt请 ich��는ige mondo. Wo retten der rum? Der muss doch eigentlich genau hier stehen oder ist er umdrauf gekrabbelt oder was? Das war... Das war weil mehr Glück als verstanden, muss ich sagen. Muss ich das ehrlich zugeben. So. Das Auto kann ich dann wohl nicht mehr nehmen. Okay, dann werden wir das tun. Das ist ein Plan. Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich rede... Wow, was war das? Au! Genau. So. Akt 2, Mission beendet. Leidet an einer Essstörung. So. Da hinten müssen wir hin. Da hinten müssen wir hin. Irgendwo. Irgendwo da hinten, da hinten, also da. So. Ah, wieder zum Bunker. Schnellreise? Mal austesten. Und ich renne die ganze Zeit da rum. Dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine scheiß Angst eingejagt beim ersten Mal. Dazu. Ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Dann hau mal raus. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeugistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und, und, und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Okay. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jede dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools. Und in der Nähe befindet sich jeweils ein verworfenes Audiolog. Das ist schon mal interessant. Finden Sie alle neun Kisten, um eine spezielle Mission freizuschalten und mehr über deren geheime Hintergründe zu erfahren. Im Fortschrittsrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. Cool. Abholsch. Fortschrittsrad. Wie ging das nochmal? So. Ah, Fortschritt. Fortschritt. Fähigkeiten. Sieben Punkte. Acht, du. Jemini. Okay. Wir können ja richtig was aufrüsten. Ich möchte mal sagen. Kampf. Schneller Wechsel. Ich weiß nicht. Ich wechsle ja nie. Pyrotechniker. Ja, das sind die Dinger, wo ich gesagt habe, wo ich eigentlich gar nicht brauche. Für langsamer Fokus. Ich werde noch weiter verlangsamt. Mal gucken, was haben wir noch unter Hacken. Das ist natürlich auch wieder interessant. Zusatzakku. Den nehme ich auf jeden Fall. Den nehme ich auf jeden Fall. Profileroptimierung. Markiert. Automatische Zivilisten. Liebe lohnen. Hecken lohnen. Versprechen. Systemschlüssel. Lukrative. Bankkunden. Hochwertige Fahrzeuge. Mit Hü. Aktivieren Sie den Profiler und erfahren mehr über den markierten Zivilisten. Helikopterabschaltung. Nagelsperre. Das ist cool. Das nehme ich mit. Helikopterabschaltung. Ja, das ist nur für 5 Sekunden. Weiß nicht. Das andere wäre für 10 Sekunden. Wann werde ich mal gesucht? Hallo. Ich bin so gut. Ich werde nie gesucht. Gegnerkommunikationsstören. Jetzt weiß ich auch was. 2. Perfekt. Nehmen wir mit. So. Wird ja immer besser hier. So. Würde ich mal sagen. Nehmen wir die Mission an. Jawohl. Das fahren wir ja durch die Luft. Obwohl ich die Luft hier kommt gerade ein kalter Wind zu meinem Gesicht irgendwie. Woher auch immer. So. Verlassen. Und zack. Sind wir in unserem Geheimversteck. Ja komm schon packt das Handy weg hier. Mal ein bisschen Gas geben. Hi Clara. Hm. Bist du fertig? Du hast was du brauchst. Soweit schon. Ja. Okay. Hör mal. Ich verstehe wenn du Angst hast. Ich hab keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Hm. Wird aber niemand fertig zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team. Oh Mann. Das klingt jetzt auch noch an der Tür. Das ist echt der größte Scheiß hier. Oh ne witzig. Tut bald die Klingel. Ausstöpseln und alles. Das tut mal aufnehmen. Jeder weiß es und trotzdem wird Lärm gemacht. Das ist ein Unding sowas. Ein Unding. Mann. Dann mal los. Dann mal los. Dann mal los. Okay. Dann leg mal los. So. Dann mal rein. Dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Juhu. 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 Benutzen. Ja komm das machen wir noch. Das machen wir noch in der Folge. Schau mal was wir da alles machen können. Jetzt können wir die ganze Stadt hacken oder wie. Ich fühle mich gerade so mächtig. Hallo. So. Sie ist da in den oberen Etagen. Wie kommen wir da hin? Wir nutzen die Körpers. Oder ein Aufzug ne. Komm schon Mann. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Hast du mich zum ersten Mal nicht verstanden oder was? Los. Setz dich da hin. Ey setz dich hin. So. Alles klar. Ganz ruhig. Alter. Ja ich bist ja schon. Mann. Ich hab wieder Zeit für dich noch für die Alte. So. So. Ja. Fick du dich. Fickt euch alle. So. So. Und jetzt. Ah. Ich hab gedacht es wäre noch Animation. Haha. So. Na Leute. Oh mein Gott. gut. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Ja. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Scheiße. Alter Falter. Ohne Witze. Ohne. So. Ah. 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 Bis an die Zähne bewaffelt. Bis an die Zähne. Jetzt soll man hier den Bediegen machen hier. Vor allem die da hinten. Okay. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Das ist mal eine coole Mission. Ich muss halt nur schauen, ob ich die auf zwei splitte. Oder aber auf, ähm, in eine reinbekommen. Das weiß ich nicht. Das werde ich ja gleich sehen. So, du laufst nicht weg. Du bleibst gefällig da hinten. Ja, jetzt muss ich auch noch an den Typhänger kommen, den wir da rein waren, wenn der wieder zurücklatscht. Die alte Socke. Nein, damit komme ich nicht rein. Stimmt. Joa. Dann heben wir halt mal Dreck auf, ne. Ich meine, wenn man sonst nichts vorhat, ne. Mach die Tür auf, ich will hacken. Wenn der Baby nicht sofort auf mir zu schweigen darf. Das ist schön, so. Eieieieieieieieiei. So, da muss ich irgendwie den Strom hinlegen. Ja, einmal. Zweimal. Wie viele Gebäude muss man da durchhecken? Hallo. Siehst du das da? Steck den Skimmer da rein. Er pioniert die Karten aus und schickt uns alles über Wähler. Hecken, Hecken, Tor. Das ist nicht schwer, den Scheiß zu modifizieren. Wir müssen die Maschinen für die neuen Chipkarten updaten. Macht dir keine Sorgen, wir machen das schon. Wir sind immer schneller. Also. Die iWork sagt immer anpassen, das ist der Schlüssel. Und nun? Muss ich jetzt weiter? Oder was geht ab? Da hinten muss ich wieder was hacken. Oh, das ist ein schlechter Scherz. Oder was? Ja. Boys and Girls. Was denn los? Hier hat keiner von euch eine Kamera. Wie soll ich denn? Da hätten wir was hacken, wenn ich nicht mal... Was denn du, du? Bup. Höfte Schweiße. In der Kamera in die Hand, läuft da hin. Nein. Wie soll ich denn da jetzt... Da hinkomme hier. Leute. Leute, Leute. Ich möchte hier reinkommen. Hallo. Hallo. Ja. Aber von hier komme ich ja auch an keine Kamera ran. Außer an die. Nein. Da haben wir noch was. Yeah. WUHU. So, abgefangene Auto, ja. Hör ich eh nicht zu. Kamera. Das läuft dir, Mann. Recken. Na, come on. Na, come on. Wow, 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 wow. Ohne Witze. Na, come on. Ah, klasse. Der Scherzbaum. Ich bin echt blöd. Ach, das gibt's doch nicht hier. Das ist doch ein schlechter Witz. Nicht ein schlechter Witz. So, toll, das bringt mir auch nichts hier. Ups. Okay. So. Ah-ha. 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 Das ist schon krass. Wo bin ich jetzt hergekommen? Ich bin total verwirrt. Da hinten losse ich hin? Wollte ich sagen genau, was ist denn die Kamera? Was willst du? Du bist ein Knob. So. Oh nein, das läuft auch noch da hinten. Ja genau, halt mal still und auf. Marsch. Du warst ehemaliger Pferd. Du musst schlafen und grunzen. Unharte Droge-Cocktail kreiert. Wow. Kann man stolz drauf sein. Lauf, Junge. Lauf. Hä? Warten dat. Warten daten. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Ja. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Okay. Ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Ohne Witze. Das gibt's doch alles nicht hier. Ja, ist mir doch wirst egal, was du da laberst hier. Doch. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und ihr Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Ja, ja, im Hintergrund mal wieder irgendwelche komische Geräusche. Hört sich an wie ein Zoo. So. Guck mal. Warten hier los. Alter, wie lang noch? Ich lasse mich nicht ausboten. So ging das nicht ab. Oh, hängt mal kurz die Kamera auf hier. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind mein. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Aktion. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Verdammter Hampel, man kann mir mal die Eier krauen. Was für F*** ist denn ich? Das ist ein Wiesel. Was ist denn jetzt los? Warum hängt es denn hier so? Huhu. Das ist komisch. Okay, der hatte keinen guten Tag. Ich würde mal sagen, beeilt euch hier. Weil das ist ja übel. Die Folge, ich hätte es doch in zwei Teile splitten sollen. Glaube ich. Ja, f*** off. Sehe ich genauso. Oh Mann. Ja, Skillpunkt erhalten. Schön gut. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Okay. Dieser Fettsack. Wer wird für mich da reingehen? Das ist jetzt gerade seltsam. Und warum sollte er das tun? Ich glaube danach muss ich mal eine Aufnehmung in Pause machen. Und ich glaube mal, dass ich die ganzen Updates runterladen muss vielleicht. Weil da ist noch ein Update offen. Das dann vielleicht nicht mehr so hängt. Spielen sie den Ursprung. Alles klar. Ich hoffe, ich habe die jetzt abgeschlossen, damit es automatisch gespeichert. Ah, Mission beendet. Okay. Automatisch gespeichert. Okay, dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz den Hängern und den ganzen anderen Hintergrundgeräuschen. Ich sage einfach mal, macht es gut, haut rein. Steh. Ich sag dir, nicht〜. Los genauer. Ich sag. Ich sag.